Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge vom Juni geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Juni. Also erst mal vorweg, guckt mal wie das Baby da hinten schläft. Ist das nicht süß? Ich weiß nicht inwieweit ihr das sehen könnt, weil der ganze Scheiß da, der da auf dem Tisch steht, davor steht, aber ich finde das so mega süß. Vor allen Dingen, ich rede hier relativ laut und er ist voll am Abpennen. Also ich frage mich immer, wie dieser Hund schlafen kann. Aber der schläft ja in jedweder Situation, der schläft ja auch im Auto und überall. Also ja, ist halt ein Hund. Egal, kommen wir mal zu meinen Neuzugängen und ich würde sagen, wir fangen mal mit meiner Rebuy-Bestellung an. Das Video habt ihr ja schon gesehen. Ich halte aber die Bücher nochmal zur Vollständigkeit halber einfach einmal fix in die Kamera. Und zwar das erste Buch aus meiner Rebuy-Bestellung ist Floth von Cecilia Erhören. Da hatte ich den zweiten Teil schon da, jetzt habe ich mir endlich mal den ersten Teil gekauft, dass ich diese Reihe auch mal lesen kann. Viele, viele Schwärmeer von dieser Reihe und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was Floth für mich bereithält. Ich lege mal die Bücher jetzt einfach hier hinten hin. Dann habe ich mir noch gekauft, Infiziert von Terry Terry. Das ist der erste Teil dieser Reihe. Der zweite Teil Manipuliert ist inzwischen auch schon draußen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich hoffe, dass mir die Geschichte so gut gefällt wie Mindgames. Und ja, schauen wir mal. Ich werde euch dann auf jeden Fall berichten, wenn ich das Buch gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Dann habe ich noch gekauft Ein ganzes halbes Leben von Dojo Moyes. Das ist ja der zweite Teil zu Ein ganzes halbes Jahr. Ich hatte damals das Hörbuch gehört, das hat mir so semi gut gefallen. Also das war ganz okay, war ganz nett, aber hat mich jetzt nicht danach angereizt, irgendwie weiterzulesen. Aber ich habe den Film gesehen und ich finde den Film so schön. Auf jeden Fall wollte ich dann, nachdem ich den Film gesehen habe, wissen, wie es mit Lou weitergeht. Deswegen habe ich mir jetzt dieses Buch gekauft. Es wurde mir von Rebuy angezeigt als Empfehlung für 2 Euro. Deswegen habe ich es dann mitbestellt und bin mal gespannt, was da so alles passiert mit Lou. Dann habe ich mir bestellt Kein Tag ohne dich. Mein Herz gehört dir. Schenke mir deine Träume und Sehnsucht nach dir. Das ist der zweite, dritte, vierte, fünfte Teil der Green Mountain Serie. Da hatte ich ja letzten Monat den ersten gelesen, Alles was du suchst und das Buch hat mir ja so gut gefallen. Das war so eine tolle Geschichte und ich wollte dann auch hier wissen, wie es mit dieser Familie weitergeht. In dieser Reihe geht es um die Familie Abbott, die auch zehn Kinder hat. Und ja, in jedem Buch geht es so um einen Familienmitglied. Und den zweiten Teil, das ist der hier, den habe ich jetzt inzwischen auch schon gelesen und er war so schön. Ich habe so geheult bei dem Buch. Das geht gar nicht. Warum ich geheult habe, erzähle ich euch dann zu gegebener Zeit. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon, diese drei Bücher dann auch noch zu lesen. Und die anderen Bücher werde ich mir dann auf jeden Fall auch noch kaufen. Aber ich habe mir gedacht, das reicht erst mal, um da weiterzulesen. Aber gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Und ja, das war meine Rebuy-Bestellung. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch als nächstes die Bücher, die ihr auch schon aus Videos kennt und da auch schon gesehen habt. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mit den E-Books weiter, sonst vergesse ich die nämlich wieder. Und dann nehme ich mal mein schlaues Heftchen hier zur Seite. Und zwar ist bei mir im Juni eingezogen, dieser eine Tag von Samantha Young. Das ist eine Valentine's-Kurzgeschichte. Dieses Buch hat 88 Seiten. Das ist also wirklich eine richtig kurze Geschichte. Aber Samantha Young schafft es, auf diesen 88 Seiten eine richtig tolle Liebesgeschichte zu erzählen, die wirklich an einem Tag spielt. Und das ist richtig cool und hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand das Buch super. Aber das müsstet ihr im Lesemonat schon gesehen haben. Dann ist bei mir eingezogen Rude Love. Das ist ein Teil der Sinners of Sainz-Reihe. Das ist die Geschichte von Jamie und Melody. Im ersten Teil der Sinners of Sainz-Reihe Vicious Love sind Jamie und Melody schon zusammen. Weswegen das Buch quasi die Vorgeschichte dazu ist. Und auch das hat mir ganz gut gefallen. War aber leider nicht so 100% überzeugend für mich, weil mir einfach der erotische Anteil bei dieser kurzen Geschichte ein bisschen zu viel war. Dann ist noch ein gezogen. Lass mich mal ganz kurz schauen. Das ist noch bei mir eingezogen. Kalte Nächte, warme Herzen. Ich finde diesen Titel immer noch ganz furchtbar. Das ist der erste Teil der Gravity-Reihe von Serena Bone. Dieses Buch habe ich zufällig auf Amazon entdeckt und habe mich sehr gefreut, dass es noch ein Buch von Serena Bone gibt, was ich lesen kann. Und ja, auch dieses Buch habe ich schon gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn hier der erotische Anteil auf jeden Fall höher ist wie in ihren anderen Büchern. Ich kann nur sagen, ein tolles Buch hat mich gut unterhalten. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Lesemonat vorbei. Und ja, dann ist noch eingezogen der zweite Teil der Gravity-Reihe. Und zwar ist das Harter Fall, Weiche Landung. Auch hier ist dieser Titel total. Reden wir nicht weiter drüber. Und auch dieses Buch habe ich schon gelesen. Das seht ihr auch im Lesemonat. Und auch das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den zweiten Teil sogar noch einen tacken besser wie den ersten Teil. Und ja, ich mag diese Bücher total. Ich liebe Serena Bone. Serena Bone habe ich ja letztes Jahr für mich entdeckt mit der Vermont-Reihe. Und ich lese aktuell gerade den zweiten Teil der Ivy Years-Reihe, was wir verbergen. Und auch das gefällt mir wieder richtig gut. Und ja, ich liebe, liebe, liebe Serena Bone. Ich habe diese Autorin für mich entdeckt. Und ich freue mich auch schon, wenn es nächstes Frühjahr mit der Vermont-Reihe weitergeht. Hihi, I'm so happy. Okay, machen wir jetzt mit den Büchern weiter, die ihr auch schon aus den Videos kennt. Und zwar ist noch bei mir eingezogen Never Loved Before von Monica Murphy. Auch dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hier freue ich mich auf den zweiten Teil. Der kommt im August mit raus. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es mit Katie weitergeht. Ich muss sagen, dass dieses Buch keine leichte Kost ist. Also wer so Probleme mit Entführungen, Vergewaltigungen etc. hat, sollte das Buch auf jeden Fall nicht lesen. Ich finde, es ist noch an der Grenze des Ertragbaren. Ich bin ja da auch sehr empfindlich, was solche Thematiken betrifft. Und vertrag das nicht so gut. Ich kriege davon sofort Albträume. Aber ich finde, in diesem Buch hält es sich noch in Grenzen. Es gibt eine schlimme Szene, wo das Ganze auch so geschildert wird. Aber der Rest ist nicht so schlimm. Also da geht es eher so um das große Ganze. Aber ja, also für Zartbeseitete ist das hier überhaupt nichts. Nur, dass ihr gewarnt seid. Aber ich fand es wirklich richtig gut. Und was macht Milo da hinten? Guckt mal. Ist der nicht süß? Der Hund ist so niedlich, wenn der immer schläft. Ja, dann ist noch bei mir eingezogen Ende Juni der dritte Teil der Diamonds for Love Reihe. Entflammte Sehnsucht von Leila Hagen. Und oh, dieses Buch ist so toll gewesen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Und ich freue mich auf August. Da kommt jetzt der vierte Teil raus. Den will ich auch unbedingt lesen. Und ich liebe diese Reihe. Ich kann euch diese Bücher wirklich nur empfehlen. Es sind erotische Liebesromane. Ich finde aber, der Erotikanteil ist hier völlig im Rahmen. Die Geschichte dominiert und nicht die Erotik. Und es sind ganz normale Probleme, die die Charaktere hier bewältigen müssen. Und das ist nichts, was extrem aus der Luft gegriffen ist. Natürlich ist diese Reihe übertrieben, überzogen und auch unrealistisch. Aber ich finde, es hält sich alles noch im Rahmen. Deswegen schaut euch diese Reihe an. Ich liebe, liebe, liebe sie. Dann ist noch bei mir eingezogen, eigentlich nur dich von Christina Munninger. Dieses Buch ist auch eine Liebesgeschichte mit ein ganz kleines bisschen Erotik. Also wirklich nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Und auch hier muss ich sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Es ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte. Hätte dieses Buch 100 Seiten mehr gehabt, hätte sie einen richtig guten Tiefgang gehabt. Denn ich finde, die Autorin hat diese ganze Thematik und diesen Buch geht schon sehr, sehr gut aufgegriffen. Und ich finde, hätte sie manche Sachen einfach noch weiter ausgebaut und wäre da tiefer reingegangen, wäre das eine ganz, 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 ganz fantastische Geschichte gewesen. Dadurch, dass das hier alles ein bisschen kurz gehalten war, es ist für mich einfach eine richtig süße Liebesgeschichte mit guter Dramatik drin. Und ja, ich kann euch das Buch auch nur empfehlen, wenn ihr gerne so Liebesgeschichten mögt. Dieses Buch ist nicht allzu dick. Es sind so ungefähr 300 Seiten. Und ja, ich mochte es sehr. Also schaut es euch an. Und das vorletzte Buch, was ihr schon mal gesehen habt, ist White Maze von June Perry. Dieses Buch habe ich im Juni vorab schon zugeschickt bekommen. Dieses Buch ist am 13. Juli ja erst erschienen. Ich durfte es vorher schon mitlesen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und auch dieses Buch war einfach nur mega gut. Ich fand diese Virtual Reality Thematik in diesem Buch ganz, ganz toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den Schreibstil toll, die Welt toll. Es war alles super. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne mal so ein bisschen Science Fiction lest. Also das ist keine richtige Science Fiction, sondern nur so Urban Science Fiction. Gibt es dieses Wort? Ich habe keine Ahnung. Aber ich fand es toll und kann es euch wirklich nur empfehlen. Also ich muss sagen, dass dieser Stapel hier im Hintergrund schon irgendwie ganz schön hoch ist. Aber ein paar Bücher haben wir noch. Ja, dann ist noch bei mir eingezogen Kat & Cole, die letzte Generation von Emily Suveida. Da ist das Video ja diese Woche online gegangen von mir. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie mir Kat & Cole gefallen hat, schaut in dem Video vorbei. Ich fand dieses Buch wirklich großartig, aber es hatte eine ganz, ganz große Schwäche, die mich ein bisschen genervt hat beim Lesen. Und ja, naja, kann man nicht erinnern. Ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und ich möchte den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, denn es sind hier noch sehr, sehr viele Fragen offen geblieben am Ende. Und ja, schaut euch Kat & Cole an, wenn ihr gerne so apokalyptische Geschichten mit ein bisschen Science Fiction lest. War gut, war wirklich gut. Aber wie gesagt, diese eine Sache in dem Buch hat mich echt ein bisschen genervt. Dann habe ich noch zwei Bücher ausgebockt bekommen von meiner lieben Arbeitskollegin. Und zwar, ihr werdet sie vielleicht kennen, das ist Ich bin die Nacht und Ich bin die Angst von Ethan Cross. Oh, für 2,99 hat sie es mal günstig geschossen. Ja, auf jeden Fall hatten wir meine Arbeitskollegin die zwei Bücher mal ausgeliehen, weil wir uns drüber unterhalten hatten. Und sie hat gesagt, lies die Bücher, sie sind so gut, sie sind so toll. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Und da hat sie gesagt, egal, lies sie irgendwann, behalt sie so lange. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier die ersten beiden Teile dieser Reihe da. Es gibt ja insgesamt, glaube ich, vier Stück bisher oder fünf. Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall sollen die Bücher richtig gut sein. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich gucke mal, wann ich dazu komme. Ich bin die Nacht und Ich bin die Angst zu lesen. Schauen wir mal. Ich kann euch ja mal vorlesen, worum es im ersten Teil, das ist Ich bin die Nacht, geht. Mein Name ist Francis Ackerman Jr. Ich bin das, was man gemeinhin einen Serienkiller nennt. Doch ich töte nicht wahllos und jedes meiner Opfer bekommt eine faire Chance, denn ich fordere es zu einem Spiel heraus. Wer gewinnt, überlebt. Ich habe noch nie verloren. Die meisten Menschen werden mich verabscheuen. Einige, die mir ähnlich sind, werden mich verehren. Aber alle, alle werden sich an mich erinnern. Mein Name ist Francis Ackerman Jr. Ich bin die Nacht und ich möchte ein Spiel mit ihnen spielen. Und ich finde, das klingt richtig gut. Und ja, schauen wir mal. Ich weiß, ich habe von Sonja mal eine Rezi dazu gesehen. Also Sonja von Sonnige Bücher. Ich verlinke sie euch mal unten. Da könnt ihr mal bei ihr vorbeischauen. Sie hat echt einen coolen Kanal. Und Sonja ist so ein bisschen so eine kleine verrückte Nudel. Und sie macht tolle Videos auf jeden Fall. Und ich mag sie total gerne gucken. Auf jeden Fall hat Sonja diese Bücher auch mal gelesen und vorgestellt. Und ich weiß noch, dass sie in einem Video gesagt hat, dass man irgendwann anfängt, mit dem Serienkiller zu sympathisieren und sich denkt so, ja, mach den Typen kalt. Und wo Sonja das gesagt hat, da dachte ich, okay, diese Bücher musst du lesen. Und ja, ich freue mich jetzt darauf, dass ich sie von meiner Arbeitskollegin habe und werde euch dann natürlich berichten, wie sie mir gefallen haben. Und dann habe ich jetzt noch drei Bücher, die meine liebe Freundin, die Maria, hallo, aussortiert hat. Sie hat gefragt, willst du die Bücher haben oder soll ich sie wegschmeißen? Und oh mein Gott, man kann doch keine Bücher wegschmeißen. Maria, wie kannst du Bücher wegschmeißen? Auf jeden Fall habe ich die Bücher dann adoptiert, damit sie nicht im Müll landen, denn ich finde die klangen eigentlich ganz, ganz cool. Und das erste dieser Bücher ist Eternity von Mac Cabot. Ich habe von Mac Cabot ja schon ein Buch gelesen. Und zwar war das dieses Buch mit diesem kleinen Frenchie vorne drauf. Wer ist denn das? Weggeküsst? Zum Glück geküsst? Irgendwie mitgeküsst hieß das irgendwas. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und dieses Buch war auch richtig cool, aber dieses Buch bestand nur aus E-Mails. Also die ganze Zeit haben sich die Charaktere nur E-Mails hin und her geschrieben. Und das war die Geschichte und das hat mir nicht gefallen. Das war überhaupt nicht meins. Und dieses Buch ist auf jeden Fall nicht so, hoffe ich, sondern ist ganz normal geschrieben. Und ja, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Und Eternity ist auf jeden Fall eine Vampirgeschichte. Und ich kann euch ja mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Ich weiß im Übrigen auch nicht, ob das ein Einzelband ist oder ob da noch was kommt. Keine Ahnung. Ich werde es dann sehen, wenn ich es lese. Genervt von Vampiren, Mina Harper ist es. Umso mehr, da sie nun auch noch einen dieser ungeliebten Zeitgenossen in ihre Fernsehserie Eternity hineinschreiben soll. Doch es kommt noch schlimmer. Während eines nächtlichen Spaziergangs mit ihrem Hund wird Mina von einer Horde Fledermäuse attackiert. Und nur das beherzte Eingreifen eines sehr sexy Fremden verhindert Schlimmeres. Dann steht plötzlich ein weiterer attraktiver Mann in ihrer Wohnung, der behauptet, Vampirjäger zu sein. Und all das mitten in New York City, noch dicht einmal Minas mysteriöse Gabe, warnt sich vor dem, was noch auf sie zukommt. Denn wer ist dieser geheimnisvolle Fremde, dessen Charme sie ihre anderen Probleme fast vergessen lässt? Und ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz cool. Und ich bin mal gespannt, was Eternity da so für mich bereithält. Und ja, wie gesagt, ich habe dieses Buch adoptiert, damit es nicht im Müll landet. Und ich finde, es klingt ganz toll. Und ich mag Vampirgeschichten. Und deswegen durfte es bei mir einziehen. Die anderen beiden Bücher, die ich vor dem Müll gerettet habe, sind auch Vampirromane. Und zwar einmal Morgenrot und Wintermond. Der dritte Teil heißt Nachtglanz. Ich habe keine Ahnung, ob man den dritten Teil noch rankriegt. Ich muss dann mal gucken. Aber ich habe gedacht, lies erst mal den ersten und den zweiten und guckst dann mal irgendwie nach dem dritten. Auf jeden Fall sind das auch Vampirbücher. Und ich bin schon sehr gespannt da drauf. Ich kann euch ja mal vorlesen, worum es hier so im ersten Teil auf jeden Fall geht. Als die junge Studentin Lea in der Villa ihres Professors auf Adam trifft, ist sie vom ersten Augenblick an gebannt. Adam ist unwillkürlich schön, schweigsam und er hat ein tödliches Geheimnis. Er ist von einem Dämon besessen, der ihn dazu zwingt, Lea auf die dunkle Seite zu ziehen. Doch mit aller Macht kämpft er dagegen an. Denn er liebt Lea. Eine Liebe, in der ein einziger Kuss alles verändern kann. Und ich finde, das klingt auch richtig cool. Ich denke mal, diese Bücher sind so aus der Zeit, wo Vampire gerade ihre Hochphase hatten. Ich denke mal, das wird irgendwann auch wieder kommen. Ich finde, im Moment ist bei Jugendbüchern gerade irgendwie so ein bisschen Science Fiction sehr angesagt. Also, wenn man sich auch so anguckt, was noch kommt. Also, wir haben jetzt hier White Maze. Dann Cat & Cole ist ja auch so Science Fiction angehaucht. Dann kommt jetzt noch Warcross raus von Marie-Lou. Das ist auch so ein bisschen Science Fiction angehaucht. Ich finde das cool, denn ich mag ja Science Fiction. Aber ich finde, man hat immer so bestimmte Dinge, die so eine Zeit lang ihre Hochs hatten. Vampirgeschichten, Dystopien und Hass nicht gesehen. Und jetzt sind wir es gerade mit Science Fiction. Und ich denke, Vampire werden irgendwann auf jeden Fall wieder kommen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese beiden Bücher. Und wie das dann so ist, das werde ich euch dann natürlich erzählen, wenn ich sie irgendwann mal gelesen habe. Das ist eher der Stapel meiner Neuzugänge. Es sind einige Bücher wieder dabei. Und es muss aber auch einfach mal sein, dass ich mal wieder ein paar Bücher bestelle. Ich habe mich das ganze Jahr zusammengerissen und keine Bestellung gemacht. Aber es ging jetzt einfach nicht mehr. Ich musste einmal Bücher bestellen. Und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein von meinem Neuzugänge-Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch immer fürs Gucken. Wie gesagt, wenn ihr die Bücher schon kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt mir auch mal eure Meinung zu den geretteten Büchern schreiben, falls ihr sie kennt. Und ja, ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.